Hallihallo ich habe mir vorgenommen ein paar folgen am stück aufzunehmen pro folge immer Aufnahmeporto zu machen um es nicht schneiden zu müssen und letztens waren wir hier stehen geblieben bei der Auswahl der Hände ja das bringt mir nichts bei der Hüfte gibt es auch noch nichts Arbeiter Shorts da aber gibt es was Nein meine Güte war alles so hässlich aus Hosen ziehe ich mir mal an Füße was gibt es da für Stiefel ich spüre Ok Ach Emblem Wo sieht man das Emblem? Ok scheinbar sehe ich es noch nicht Metallrauheit Ach ne ich lass das mal so Metalltönung ach warte mal Nein Nein ok ich bleib mal bei nix Metalltönung Ach geht schon Ausrüstung primär alles klar warum wird da nicht angezeigt Rauchbombe kann man hier Laute kann man damit spielen Oh das ist das allein Kampfstab Ach kann man oh kann man Kung Fu hier Meisterspiel spielen Trainingsschwert Kampfstab Feuerbombe oder Schwert Stein Stein kann man auch oh das ist hier so alles an Wurfmaß äh äh Waffen gibt Medizin Tasche Bärenfalle Dreiecksschild Oh Kann ich sogar Link spielen Targe Und ein Wikinger Farbe Na Farbeschild Alter Wie cool Sogar so ein Mini Faustschild gibt es auch Oh wie süß Messer Das ist kein Messer Das ist doch Das ist kein Messer Hippe Ich nehm dir auf die Schippe Mit mir in der großen Hippe Ok Äh Alter Es To Es Du Es Du Ist es ein E oder ein C Es To Es To Ich glaube ich Großschwert Oh Ach es geht noch weiter Ok Abendstern Was Es gibt hier Waffen die ich noch nie zuvor gesehen habe Ok Die Hellbade kenn ich Ok Sekunde Was ist denn Sekunde Das ist doch das gleiche oder Hä Ok Das ist der Der Tier Ok Kann ich hier nix Ich hab nix Ja wie Ja Wow Das ist unser Dann ist das hier unser Soldat Er hat nix Er kann nix Na Na ja Vielleicht kann er doch noch was Ähm Ehrlich Wenn Ähm Ähm Ne Die Haube Bringt die eigentlich was? Ja Ja Ok Dann lasse ich sie auf Ähm Spezialisierungen nennen Was nehmen wir denn? Äh Na ja Faustschaden für den Anfang glaube ich Ja Faustschaden für den Anfang glaube ich Was ist der Taubel? Ach das verbraucht auch noch? Ja Ja Ausrüstung Oh Ok Interessant Äh erhöht den Faustschaden Ja Weil Ja Äh Äh Was noch? Bauer Wird sie eigentlich die Baum benutzen? Äh Freundlich Ja Zerstörer Nahkampfschaden gegen Beusel 50% erhöht Ach ja komm ich Ja One Punch Man Juhu Erhalte 3 zusätzliche Ausdauerpunkte bei einem Treffer Töte ich den Nahkampf und Projektilschaden Töte dich nicht sofort sondern erst nach 5 Sekunden Oh Der Erhaltung 7 Massen während dieser Zeit ist nicht garantiert Äh Ok Ich weiß nicht Bringt mir das denn was? Waldläufer Erlaubt es dir Dich schneller zu bewegen während du mit einem Bogen oder einer Armbrust im Anstag zielst? Hm Oh Aska Getötete Feinde lassen ihre gesamte Ausrüstung fallen Ja Das brauche ich Blutrausch Erhalte Volllebenspunkte bei Nahkampfkills Werde ich auch gebrauchen glaube ich Miete Reparatureffizienz um 50% erhöht Kann ich noch nicht benutzen Wegen weil ich den Hammer noch nicht habe Duktive Bewegungsgeschwindigkeit um 10% erhöht Schrittlaut stärker um 75% reduziert Feierschaden um 80% Akrobat Ich habe ja nichts Ich bin ja Sozusagen nur Oh Ein Bündelstoff Ähm Du Lappennbogen Ah Ich weiß nicht Ratte Ja Warum nicht Sokosten von Spuren und 50% reduziert Ausdauer bei Kills Wird ich 66% erhöht Äh das und Ach gut dann das hier auch Okay Äh Ich habe Fähigkeiten Aber ich kann nichts Und wie kann ich ihn benennen So Ist er jetzt gespeichert Ja Ich muss ihn gerne benennen Ich glaube die Klassen hier kann man auch spielen oder Warum kann ich ihn nicht benennen Warum kann ich ihn nicht benennen Ach gut Ach hier Ja Den nenne ich mal Ja Ja Sehr einfallsreich So Das bin ich Ich habe nichts Ich kann nichts Ich bin neu Ja So wie hier auf YouTube Kämpfen Wasser kämpfen nochmal Oh Achja Battle Royale hatten wir auch noch Äh Lokales Match Hm Hm Server Browser Ähm Ähm Okay Juhu Hm Hm Home Da sieht aus als hätte er Kopfhörer an Rustkammer Na ja okay Ähm dann Um was nutzen zu können würde ich mal sagen Auf in die Schlacht Ich sehe aus als hätte ich einen Pyjama an Ganz ehrlich Horde Wösten welche Bitter Royale und Horde wo das verwendet wird Nix Ich bleib mal bei der Ausdruckung und drücke auf Kämpfen und ja noch äh schon zehn Minuten Ähm Äh Äh Kämpfe in einem hektischen Hektischen 64iger Spieler Tau ziehen mit dem Ziel die gegnerischen Territorien anzunehmen und den Feind zurück zu drängen Durchstülpere die Umgebung nach Waffen und Ausrüstung und Kämpfe zum letzten Mal gegen 64 andere Spieler Ähm Überlebe gegen immer stärker werdende Horden von AI Gegnern und kaufe die Ausrüstungsteile die auf der gesamten MIP verstreut sind Ach ich nehme mal die Frontline Und jetzt? Ah Ah Alles klar okay So Elf Äh Schon elf Minuten Das wird ja ein kurzes Match für dieses Video aber Oh Das nehme ich noch mit rein Kämpfe in einem hektischen Ah ja Das was schon Am äh ähm Ja Stand Das sieht ja voll cool aus hier Kann man die Burg betreten? Ah Wenn ich mir die ganzen Soldaten Okay Wenn ich mir die ganzen Soldaten so anschaue komme ich mir echt Erbärmlich vor Oh Ich bin aufgeregt Ich bin aufgeregt Wenn das jetzt jetzt wirklich drei Minuten dauert dann muss ich das Video glaube ich posieren Ähm Ähm Beenden Naja Naja Falls das der Fall ist ähm 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 Mach ich dann Schluss und sage schon im Voraus Dankeschön fürs Zuschauen Äh Ich hoffe die Qualität Äh Ich hoffe Äh Ich kann mich nach eurer Kritik in den Kommentaren richten Was ich eventuell verbessern könnte Ob ich es vielleicht etwas strukturierter machen soll Oder Einfach so aus freiem Himmel einfach Videos machen soll Wie Jetzt und die letzten paar Videos auch Oder Sollte ich vielleicht Die Grafik hochstellen Ja Das ist ein langer Ladebildschirm ich glaube Oder Ah Ah Iron kommt In Friega Ja ich kann nur eins wählen Ähm Gut Ah Ich glaube das wird nichts Äh Dann bis zum nächsten Video Danke fürs Zuschauen Und ich hoffe Äh Ah Ah Ich hoffe ihr habt da nichts dagegen Was in die Kommentare zu schreiben Mir vielleicht Verbesserungsvorschläge Äh Zu nennen Oder einfach sagen Wie bescheiden die letzten paar Videos waren Äh Äh Tschüss Mit Äh Äh Ja das muss ich noch üben Ja das muss ich noch üben